Untertitelung des ZDF, 2020 Liebe Lieferanten, der Lieferverkehr endet jetzt. Alle Lieferfahrzeuge müssen die Feststraße jetzt verlassen. Vielen Dank, Ihre Festleitung. Bestimmen dauert das ganze Jahr. Wenn es kommt, dann kommt es in den Hochschutz. Das ist dann der Retscherte. Also Hochschutz, das ist der Retscherte. Also Hochschutz, das ist der Retscherte. Und natürlich sieht er auch in den Volksdorf. Also Hochschutz, die Grünen auf dem Hochschutz. Herr Schubert, der Retschreiber, der Retschreiber, 18K im März Wirken-Geläu und Jungs und Jungs. Das ist der Retschreiber. Die Low-Glösung und Jungs betreft die Bank der Retschreiber, das ist der Retschreiber. Das ist der Retschreiber. Jetzt kommt es zum Schuss, die Grünen-Geläufe. Und selber dann jetzt in Nürnberg zuhause oder was? Ja, selber die. Ja, und die kleinere in Deutschland sind. Und sonst in Nürnberg hat Gastmütze das noch nie? Nein, ich finde es nicht. Naja, sonst im letzten Jahr das? Ja. Nürnberg! Ja, 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 ja. So. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wunderkirche! Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, Stinky! Ja, super! Ja, ja, ja. Wann? Ja. Ja, ja. Komm in! Okay! You got it! Here you go! What are you doing? Look at him! Look at him! Look at him! Look at him! I love you! I love you! I love you! Look at him! Look at him! Let's go! ーー Das war's für heute! Let's go. Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Liebe Festgäste, willkommen auf dem Oktoberfest. Wir öffnen jetzt das Festgelände. Viel Spaß beim Feiern auf der Wiese. Ihre Festleitung. Wir öffnen jetzt das Festgelände. Willkommen auf der Wiese. Lasst euch Zeit und schaut, ob die Leute mit euch reingehen. Ihr braucht die Tränen- oder Träge- und Fortszwitschen auf die Anweisungen vom Sicherheitspersonal. Die ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank.